Ich hab noch so wenig Aufrufe, da hat Gronkh ist noch gar nicht irgendwie gestoßen. Vielleicht wird er irgendwann mal durch Zufall auf mich stoßen und denken, oh, das ist aber ein Talent. Das sollte jetzt nicht eigen, äh, Dings klingen. Der denkt, der da hinten immer rubschreit, der ist geil. Hä? Wer schreit hier rum? Ich schreie hier rum. Achso, ja du bist blöd. Du bist blöd. Nein, du bist blöd. Ich schreit so ein Schein. Haha, ich komm hier doch auf hier zu labern, ey. Wir sammeln natürlich immer die Setzlinge ein. Ja, und irgendwie ist das ein bisschen langweilig gerade. Ach, dir ist langweilig, aber den auf YouTube nicht. Du suchst den auf YouTube auch. Nein. Ach nein. Du schenkst an Scheiße. Wollen wir eigentlich auch irgendwann mal das Let's Play richtig kommentieren, oder wollen wir uns jetzt nur noch irgendwie beschimpfen, du schenkst an Scheiße? Ja, warum sind denn die Wolken hier um? Das ist ein Scheißberg, der viel zu hoch ist. Ja, aber ich hab das Haus ja extra nicht so hoch gebaut, damit es nicht in den Wolken ist. Was kommt ja auch jetzt noch, das Dach, mal schauen. Ist nicht gut, wenn das Haus zu sein. Ich bin nur wegen dir hier. Und da, aus den Wolken. Da hab ich ein Haus. Ich werde das hier noch wegbauen, aber ich muss ja erstmal irgendwie aufs Dach kommen. Ich hab 64, Junge. Ja, das reicht doch nicht. Ja, daraus kann ich aber ur viel. Und noch, bestimmt halt noch. Ne, ich hab genau 64 gesammelt. Mann, ich bin so gut. Alter, was passiert, wenn ich mit dem Fall, soll ich hier ankommen? Dann töt ich dich aber richtig. Dann ist dein Haus weg. Dann bist du tot. Ja, das könnte auch sein. So, dann fangen wir mal an mit dem Dach. Mrs. Sommer. Mrs. Sommer? Hast du irgendwelche Probleme? Wolltest du, wolltest du als Kind dich irgendwie, wolltest du... Machst du meine Bauart nach? Das finde ich nicht okay von dir. Wolltest du als Kind irgendwie ein paar Mal fein gelassen, sag mal? Das wollen wir beide doch. Achso. Achso, zusammen, ne? Sie haben uns hochgeworfen und wollten... Jeder andere Eltern wollten uns wieder auffangen, aber es hat nicht geklappt. Schade. Na ja. Das spielen wir auch mal ein Gris, ne? Ja, Kinderlähmung ist schon was Geiles. Was ist nicht lustig? Nein, sowas ist... Hast du vielleicht über deine Mutter auch nichts zu machen? Höh. Sowas ist nicht lustig über Kinderlähmung, sich lustig zu machen. Das macht mich agressiv, Gronkh. Ich bin nur wegen dir hier. Wegen dir bin ich hier. Ich bin nur wegen dir hier. Ach nein. Das war's völlig falsch verstanden. Und ich hab jetzt extra schon so als Trap-Mart gebaut, weil ich schon wusste, dass ich 5000 Mal runterfliege. Das ist logisch. Ja, sowas passiert. Sowas passiert bei verpackten Minecraft-Felden. Ne, sowas passiert, wenn... ...wenn man Notch an den Minecraft-Server reinlässt. Notch? Notch ist der Minecraft-Service. Wusste ich gar nicht. Ich wusste, dass es Minecraft gibt, aber ich wusste nicht, wer Minecraft erfunden hat. Notch? Ja. Jetzt spielen alle nochmal, die noch ganz beisammen sind. Hä? Und der hat jetzt Minecraft erfunden, oder was? Ja, ja. Hat das zusammengestellt. Ja, der hat das erfunden. Notch hat das erfunden. Der hat jetzt bestimmt urviel Geld, ne? Nö, denn alle holen sich das ja kostenlos. Hä, wer denn? Äh, ja, wer denn? Wer holt sich sowas kostenlos? Ey, das ist doch richtig dreckig, sowas kostenlos zu holen. Ich? Ja, du. Ich bin gar nicht so einer, ey. Nei. Äh, nee. Die Hälfte der Spieler auf deinem Rechner sind kostenlos. Ja, das sind dann aber auch Demos. Nee. Das ist hier ne Demo, man. Das sind nicht alle Demos. Das ist doch hier ne Demo, Mensch. Hast du fast falsch verstanden. Ach so, das ist ne Demo hier. Ja, ist ne Demo. Alles klar. Das kannst du hier nicht? Ich kann, äh, ich kann kein, äh, äh, keine, keine Sand abbauen. Na, doch kann ich auch, aber ich kann, äh, keine Toilette bauen. Ja, genau, das kann ich nicht. Vor der Schei. Du kannst nicht scheißen. Im echten Minecraft kann man ja scheißen. Ja, zum Glück hab ich das gecrackt. Wissenwertes über scheißen. Das Video wird schon mal gleich als erstes gesperrt. Warum sollte das gesperrt werden? Ich hab mir Minecraft doch ganz legal gekauft, Mann. Ja, klar. Wie du. Ja, das sagt schon alles, ey. Wie ich. Ja, das sagt alles, weil, äh, wir haben uns das beide legal gekauft über Minecraft.net, haben uns da registriert, haben uns dann einen Account erstellt, haben dann 20 Euro für das Game bezahlt, ne 15, war runtergesetzt. 15, ja. Ich hab, ich hab 0 Euro dafür bezahlt. Ach so, ist ja cool. Aber das ist illegal und ich mach's nicht illegal. Nein. Hä, warum sollte ich das illegal machen, Mann? Warum? Warum kannst du das auch als fast illegal? Nee. Doch. Aber übelst nicht. Der hat sich das erst später gekauft. Ja, ja. Erst hat er das gecrackt und dann hat er das später gekauft. Ja, ja, wo willst du das denn wissen? Hat er gesagt, du Spacken. Ja, ich hab's, ähm, auch gekauft jetzt letztens. Ich hatte's auch erst mal gecrackt, um zu gucken, wie's so ist. Ja, ja. Ja, das weißt du noch gar nicht, ne? Ja. Ich hab jetzt richtige Minecraft. Ich hab's... Ich hätte so ein Tutorial oder so ausgestellt. Ja, was für ein Tutorial. Hä? Willst du mich ver... Ja, siehst du, wie du nicht über Minecraft Bescheid weißt? Willst du mich verkack eiern? Ja, das ist dann sonst normal. Ja, wie er meine Bauart nachmacht, aber richtig. Ich mach doch nicht deine Bauart nach. Aber richtig. Ach komm. Willst du mich verkack eiern, ey? Jetzt hat er endlich rausgefunden, wie meine Bauart geht. Nein, nein. Ich hatte keinen Bock mehr auf Pyramidendach. Ja, Pyramidendach, ey. Meine Bauart. Keiner baut so. Nein. Nein, ey. Gronkh baut so. Nein, Konk hat nicht diesen Vorsprung. Ach, Mensch. Ja. Das ist auch urologisch, ne? Dachrin und so. Meine Bauart. Ich glaub, ich geh gleich erst mal wieder pen. Pen? Ich bin ganz müde. So? Nein. Du? Ich selber wirst euch nicht mal wieder. Ach, nein. Das war's falsch verstanden. Nee, du. Er ist nicht so Minecraft-süchtig wie ich. Du bist, du bist ein Minecraft-süchtig. Ich bin der Minecraft-süchtig Nummer eins. Nummer fünf. Nummer eins? Nummer fünf. Äh. Wer ist Nummer eins? Ich. Nein. Du bist ja erst recht nicht. Ich würde jeden Tag Server anhaben. Hast du jeden Tag Server anhaben? Äh, nee, weil ich nicht unbedingt so viel Zeit habe. Weil ich auch vielleicht Let's Plays mache und... Die IP ist von unserem Server... ...5.1... ...3... ...3... Ach, wer die wähl... Wer die wähl hat's eh schon lange gesehen, aber die kommen eher nicht drauf. Ich hab... 1... ...109... Ich hab Whitelist eingeführt, Junge, die kommen nicht drauf. Warum? Das ist unfair. Nein. Ich will, dass da 100 Leute drauf sind. Nein, geht eh nicht. Maximal... Maximal Player ist es eh, glaub ich, auf 5 oder 10 begrenzt. Tja, und? Können soll noch aufkommen? Nein, nein. Maximal Player ist es noch 20 Minuten, dann ist es zu facken. Nein, ich hab geändert. So, ist nicht gut. Doch, so ist das richtig. Nein, nicht. Doch. Ich geh erstmal ne Runde pennen, damit man wieder was sieht. 1, 3, 2... Ach, komm mal auf den Labern da. Punkt. 1, 2, 2... Punkt. Ich glaube, ich werde... ...0, 9... Ich glaube, ich werde nie eine Let's Play-Aufnahme wieder mit ihm machen. Punkt. Ich glaube, das hat sich ja... 1, 0, 9... Unser Server. Ich glaube, das hat sich ja ledigt, das nächste Mal. Also, ich werde auf jeden Fall, glaube ich, mit ihm kein Let's Play-Aufnahme mehr... Du bist auch scheiße langweilig. Du bist scheiße... Du bist scheiße langweilig. Ach, komm, ey. Du hast doch gar keine Ahnung. Doch. Nee. Doch. Du hast gar keine Ahnung. Hallo. Hier raus. Warum raus? Nee. Warte gleich, ich nehme gerade Let's Play auf. Pass nicht. Pass nicht, Papa. Nicht, dass du heute Abend nicht verdarst, ey. Ach, ist mir doch auch egal. Ja, ey, komm, ey. Ach so, Leute, vielleicht habe ich bald einen neuen PC, dann leckt es hier auf jeden Fall gar nicht mehr. Kommt drauf an, ob meine Eltern mir vielleicht mal ein bisschen was leihen. Kohle, Kohle, Kohle. Ja, Kohle, 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 400 Euro. Nein, äh, so viel nicht, aber dass ich mir halt ein bisschen Geld leihen, dann kann ich mir einen neuen PC kaufen. Dann werdet ihr natürlich auch live dabei sein, wenn ich den dann selbst zusammenbaue. Ja, ich verstehe die PC-Aufschrauber, also ich verstehe gar nichts von PC. Nein, ich verstehe überhaupt nichts von PC. Stimmt schon. Ich verstehe nicht mehr. Ach so. Äh, äh. Ja, ich denke mal so, so weit erstmal, so gut. Sieht zwar noch scheiße aus, aber es wird noch kommen in den folgenden Parts und ich wollte hier den Dreck ab. Und erstmal, tschüss. Und erstmal, tschüss.